Ich habe ein gewisses Gespür entwickelt, glaube ich, hier für das Publikum, für die Stadt Augsburg, für die Region. Und ich merke einfach, was die Menschen mögen, was sie schätzen. Und was sie vor allem schätzen, ist Qualität, was mir sehr sympathisch ist, denn ich bin auch jemand, der absolut qualitätsbewusst arbeitet und lebt. Und von daher habe ich auch eigentlich je nach Genre, sei es Klavier, sei es Quartett, sei es Duo, sei es Orchester, wirklich nur die Besten hierhin eingeladen in den letzten vier Jahren. Und so soll es auch bleiben. Und so soll es auch bleiben. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.